So, meine Lieben, Freitag, Karfreitag, der höchste kirchliche Feiertag, glaube ich, ist das. Ja, wir wollten heute eigentlich ein paar Fenster reinschubsen, aber ich glaube, an so einem Feiertag tut man nicht bohren, irgendwo auf dem Dorf. Da kriegt man bestimmt haue. So, mal gucken, ob Florian da ist, der wollte hochkommen jetzt. Martin ist da. Gucken, ob der Florian auch schon da ist, weil der will irgendeinen Tornado holen. Boah ey, 700 Autos wieder ey. Meine Fresse da. Martin ist schon da, der alte Lachsnacken, der hobelt. Wird ganz schön laut werden. Mal gucken mal. Oh, jetzt bin ich mit der Kamera gefahren und mit Anja und aber ich bin auf dem Gelände gefahren hier ganz langsam, das geht. So, gucken wir mal. Ich lasse noch ein bisschen raus. Feiertag, du Bongo! Wieso nicht? Warte mal, die Sonne ist zu bescheißen. Da ist er. Oh, ein komisches Regal wird umgefallen. Pinocchio kommt gleich. Wer ist der denn? Na, der will ja abholen hier Zeug. Was? Den Tornado. Der will sein Autos auch mal machen, weil wir können ja heute nicht arbeiten. Was ich bei dir mal gekauft habe. Was ich mal beim Wirt gekauft habe. Teuer für Geld. Was gibt's für ihn? Achso, die Musik muss aus, genau. Oh Gott ey, scheiße. Kriegt man heiße mit? Ja, scheißegal, ist kein Freitag, kann man auch mal so machen. So, gut. Das sieht aus wie ein Babybett. Ein bisschen, oder? Ja. Ist das der ein Ägypter-Wirt eigentlich? Nee. Da müssen wir warten bis vorhin. Damit werden wir den gleich mal aufnehmen. Warum? Äh, Pause. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche nicht mehr. Ich brauche meine Mütze heute. Das Ding geht nicht auf. Pause. Die Weige ist nicht schwarz. Stimmt, der Amerikaner hat ja heute eine andere Mütze auf sich gerade. Das ist Oliv. Oh, Olive. Die Kiefe gibt's hier übrigens. Erdreh dich mal ein bisschen. Mach mal so ein bisschen Model. Ja, ja, so sieht's gut. Du kannst auch mal ein bisschen nachherlaufen. Ich mach mal ein Stück weiter. Ja, genau. Nee, das wird jetzt nicht so. Was soll denn das? Aber die Amerikaner hat da trotzdem drinne. Wenn ich hier was mache. Oh ja, der Ding ist ja wieder am Einsatz hier. Wie heißt er? Triton. Hobel. Hobel. Ein dicker Hobel. Geh mir den Stühle hoch. M-M-M-M-M-M. Dein Regal, ich habe ein geräumt ins Auto. Ja, ja. Dein Schuhräger. Willst du es heute anbauen? Nee, weiß ich nicht. Ist trocken jetzt, oder was? Ja. Ja, süßte. Das ist mein Handy. Das sieht man nicht. Das binkt in einer Tour, ey. Mhm. Gut, jetzt macht noch mal fünf. Pause. Bei Sachsen. Wo ist denn der Tino? Oh, hier sitzt du schön. Das ist ein guter Budi hier wieder. Schön. Muss ich das ja drehen? Wie soll ich mich jetzt fühlen? Ist ja doof. Ich verstehe das nicht. So halten werde ich es nicht. Aber manche können das doch drehen machen. Verstehe ich nicht. Ich komme voll die Sonne hier. Das sehe ich gar nicht mehr. Nee? Müssen wir uns woanders gesessen? Nee, ich muss einfach nur drehen. Ich habe echt Angst, dass der Schulzlamm hier bricht. Die brennt heute wirklich wie der Senf, ja. Aber unser Nachbar ist ja nicht mehr weggefahren. Immer wieder Ruhe, Martin, nicht? Nee. Die Ruhe genießen. Am Karfreitag. Ich weiß, heute hätte man nicht grünen können. Nicht bei so einem schönen Wetter. Jetzt im Mittag hier ein Würstchen aufs Grün geschmissen. Da haben wir ja aber nicht da. Nein, für die Zukunft. Dann müssen wir erst mal Grille erschienen. Ich denke, du hast sie eben. Habe ich auch. Gucken wir mal so rum mit oben bis hier, die Knalltüte. Ich muss dich. Oh, ist doch kalt. Wir haben gleich eine Jacke. Wir sitzen nur im Schatten. Was jetzt? Ja, okay. Muss doch nicht sein. Die Pussy. Sohdele. Wie hast du kloppt? So. Ich mach jetzt weiter hier. Truhe haben wir. Und hier haben wir mal. Was? Guck mal, ich war jetzt hier liegen. Ich will das jetzt hier. Den Hasen und das Bein. So was hier. Metallic-Effekt oder Stein-Effekt? Kannst du nicht? Kannst du mal so abziehen? Dann zeig mal. Na, man sieht das nicht. So. Oh, was so? Bist du nicht? Was willst du damit machen? Den Haar? Oh, mit dem Feldschrank fängt der weg. Das ist übrigens heute jetzt unser Feierabend-Video. Sonst sitzen wir ja mal am Tisch. Oder stehen am Tisch. Ach so, ja? Ja, klar. Wir haben das schon angefangen zu trinken. Na und? Ach so, nee. Wenn man trinken kann man nicht mehr arbeiten. Das ist Ansichtssache. Wir saufen ja nicht. Wir trinken einen Radler. Und das trinken wir ja den ganzen Nachmittag jetzt hier. Wie spät ist denn das überhaupt? Ist doch wohl den Nachmittag, oder? Man muss auch mal trinken, wenn man nicht zu feiern hat. Es ist Feiertag, da kann man ruhig auch mal einen Radler, wenn es zweistellig ist, trinken, würde ich sagen. Oh, sieben kommt, siehst du? Oh. Oh. Hat der Radio Saar-Punky. So. Pause. Jetzt wird sich richtig hin reingeklötet. Geht nicht. Oh, die... Oh, die...